Gucken wir mal, ob sie denn hineingeht. Natürlich ist es jetzt spannend, dass wir da noch rumstehen. Ja, das wird sich schon mal angeschaut, aber eigentlich kennt sie das schon. Und das ist eben der Sinn und Zweck von der ganzen Übung hier, dass die da einfach reingeht. Einfach, dass sie die Kiste kennt, dass sie merkt, da passiert nichts. Ist eigentlich auch alles spannend, man kann auf den Hof gucken. Aber so insgesamt ist es wirklich relativ ruhig, entspannt. Und so soll es eigentlich sein, das ist eben der Sinn und Zweck von dem Kistentraining, was man da macht. Jetzt kommt sie wieder raus. Ganz ruhig, relaxed, wunderbar. Das ist natürlich spannend. Vielleicht bleibt sie hier. Ja, und die Lumara, wenn die jetzt dann hier weg ist, da geht es einfach auch weiter. Da wird oft die Frage gestellt, ob dann die zuständigen Pfleger, ob die dann traurig sind oder wie auch immer. Also mir geht es eigentlich nicht so. Ja klar, die Lumara ist echt ein wunderschönes Okabi, ein wunderschönes Tier. Da sagt man auch, ja eigentlich schade, aber die andere Seite ist, wenn man sie nicht abgibt, dann geht auch nichts weiter. Und das ist eben einfach, bei den Okabis, weil sie gar nicht so reichlich in Europa vertreten sind, ist es halt einfach wichtig, dass man der Jungtiere nachzieht. Wie gesagt, das ist nicht ganz einfach. Klar, deswegen ist jedes Jungtier unheimlich wichtig. Und vor allen Dingen, wenn es halt eben weg geht, wird sie, wenn sie dann in den Geschlechtsreifen kommt, wird man versuchen, mit ihr auch zu züchten. Dann geht es einfach weiter und das ist einfach unheimlich wichtig. Ja, weil der Bestand von 60 oder knapp 60 Tieren, das ist eben so wenig, da kann man gerade die Art so mehr recht wie schlecht erhalten. Also im Prinzip ist es so, dass wir gerade speziell hier bei den Okabis, das wird schon länger nicht mehr gekauft oder verkauft, sondern es wird einfach untergestellt. Untergestellt.